Drahtlos überall und jederzeit. Ab dem 4. Oktober können Sie Ihren Antrag auf Arbeitslosengeld II vollständig digital stellen und somit den aktuellen Bearbeitungsstand verfolgen. Komplizierte Antragsformulare, Unmengen an Papier, übersehene Angaben und fehlende Dokumente gehören der Vergangenheit an. Dadurch können wir eine schnellere Bearbeitung Ihres Antrages sicherstellen. Der für Sie individuell erstellte Antrag erfordert nur noch die Angabe der tatsächlich auf Sie und Ihre Bedarfsgemeinschaft zutreffenden Informationen. Es erwartet Sie eine begleitete Antragstellung mit zahlreichen Hilfetexten, Erläuterungen und Verlinkungen. Drucker und Kopierer sind nicht mehr erforderlich. Nachweise laden Sie direkt hoch und fügen diese Ihrem Antrag hinzu. Nachweise gerade nicht zur Hand? Sie müssen Ihre Antragstellung unterbrechen? Kein Problem! Sie können die Antragstellung jederzeit zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt fortführen. Nach erfolgter Antragstellung können Sie jederzeit Ihre Antragsunterlagen herunterladen und erhalten selbstverständlich eine Eingangsbestätigung. Einfach unter jobcenter.digital anmelden und mit Ihrer Antragstellung beginnen.